Gaza-Krieg. Mischt jetzt die Houthi-Miliz mit? Schon von denen gehört. Sie sind eine bewaffnete Gruppe aus den Jemen und haben dort große Teile unter ihre Kontrolle gebracht. Unterstützt werden sie vom Iran. Sie zählen zur Achse des Widerstands, wie auch die Terrororganisation Hamas. Die Houthi-Rebellen richten sich gegen Israel. Deswegen greifen sie gerade Frachtschiffe an, die Israel ansteuern, treffen dabei aber auch andere Schiffe. Die Schiffe müssen einen Umweg über Südafrika fahren. Das dauert viel länger. Eine Allianz aus den USA, Großbritannien und den Niederlanden haben die Houthi-Rebellen schon angegriffen. Die Houthi fordern, dass Israel den Krieg in Gaza beendet und Hilfsgüter nach Gaza gebracht werden.